Gut, dann gehst du halt arbeiten. Aber versuch bitte nicht den ganzen Tag an diesen Unfug zu lenken. Du drehst noch durch. Mann, Jackie. Und Sie? Wo sind Sie zu Hause? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Who are you talking about, you two? Just, just the kid we met. Bis zum nächsten Mal. Jetztουν sie zum nächsten Mal. Dann Scriptprechen INSUR. In der nächsten Mal. Tschüss.